Guten Tag hier bei Pönnies TV. Wir sind hier heute bei der Einweihung des Partnerschaftsschildes mit Lagoa. Benvindo de Scharbeutz. Estamos aqui para inauguração dos sinais para a geminação. Was machen wir heute hier? Warum sind wir hier am Ortseingangsschild? Wir sind heute am Ortseingangsschild, um zu beurkunden oder zu dokumentieren, dass jetzt die offizielle Städtepartnerschaft zwischen der Gemeinde Scharbeutz und der Gemeinde Lagoa auch für alle, die nach Scharbeutz mit dem Auto zu Fuß oder mit dem Fahrrad reinkommen, sehen, mit welcher Partnerstadt wir jetzt neuerdings verbunden sind. Die Partnerschaft ist über die letzten Jahre gewachsen. Sechs Jahre hat es jetzt schon einen Schüleraustausch gegeben. Letztes Jahr hat noch Herr Owerin mit dem Bürgermeister aus Lagoa, mit dem Louis, die Verträge unterschrieben für unsere Partnerschaft. Und jetzt sind sie zum Gegenbesuch bei uns und wir haben jetzt auch die Schilder erweitert, sodass wir das jetzt auch alles noch mal ein bisschen offiziell in den Rahmen bringen. Es ist ein großartig für uns, hier zu sein und es ist ein großartig für uns, diese Partnerschaft mit Scharbeutz zu machen. Wir durften ja durch unser Leben in Lagoa, meine Familie und ich, ein bisschen auch dazu beitragen, dass eben diese Städtepartnerschaft entsteht und heute ist der große Tag, auf den wir natürlich auch schon lange ein bisschen hingewirkt haben. Wir hatten gestern schon einen ganz tollen Tag mit unseren Gästen aus Portugal. Morgen machen wir noch eine Klausurtagung, auch mit der Politik gemeinsam. In vielen Bereichen sind unsere portugiesischen Freunde weiter, gerade was so Smart City und sowas angeht. Ich glaube, das ist für uns sehr interessant und was so Schulen und Entwicklung in den Schulen angeht, sind wir tatsächlich ein Stück weiter, dass wir, glaube ich, beide da total von profitieren können, von dieser Partnerschaft. Ja, und ich freue mich auch persönlich auf den Gegenbesuch, das gebe ich offen zu, ja. Wie viele Partnerschaftsschilder werden jetzt aufgebaut? Soweit ich weiß, sind es vier. Vier Stelen, die an den Ortseingängen montiert werden und darauf hinweisen, dass eben Scharbeutz jetzt neben zwei bereits bestehenden noch eine dritte Städtepartnerschaft dazubekommen hat. Ja, dann wünschen wir Ihnen natürlich noch mit den portugiesischen Austauschschülern und auch den Vertretern der Gemeinde Lagoa einen wunderschönen Abend, einen erfolgreichen Abend und freuen uns dann auf weitere Zusammenarbeit mit den Portugiesen. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön und allen ein schönes Wochenende. Danke.